Ich bin Marilena Goikjes, ich bin Politikwissenschaftlerin und arbeite als Postdoc an der hessischen Polizeihochschule. Ich glaube, der Bezug zu diesem Thema ist ein ganz persönlicher, weil wir ja jetzt fast zwei Jahre lang gar keine Normalität hatten. Es ist auch wirklich schön, jetzt hier zu sein mit den ganzen anderen Menschen und sich wieder auszutauschen, weil gerade auch in der Wissenschaft hat das extrem gefehlt, dass man zusammenkommt und über Ideen diskutiert. Es hat sich fast ein bisschen angefühlt wie Stillstand. Dieses reale Zusammenkommen ist wirklich unersetzbar. Also ich bin froh, dass wir die digitalen Möglichkeiten hatten während der Pandemie, aber gerade dieses Zwischentür und Angel ist so wichtig, dass man auch, dass es menschelt, es menschelt nicht in Zoom und das ist ja wirklich, das ist unersetzlich, dass sowohl eben Menschen aus der Wissenschaft kommen, aber zum Beispiel auch aus den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft, aus der Politik, weil diese ganzen Synergie-Effekte, die dadurch entstehen, dass sich solche Menschen austauschen und ihre unterschiedlichen Welten zusammenbringen, ja, das kann nur gewinnbringend sein. Allen1-1-1-1. Vielen Dank.